Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder eine Rezension. Ich weiß, ich hänge ein bisschen hinterher, aber ich werde mich bemühen, das jetzt wieder richtig aufzunehmen. Und zwar habe ich ein Hörbuch beendet. Die Krone der Orks von Michael Peinkofer. Es ist, glaube ich, jetzt wirklich das letzte Buch der Ork-Reihe von ihm. Und es ist im April schon erschienen, als Taschenbuch und natürlich als Hörbuch. Und es ist wie immer gelesen von Johannes Steck und ich freue mich wie immer darüber, dass es das gibt. Und gleichzeitig denke ich mir, okay, jetzt ist aber auch mal genug so. Ich glaube aber auch wirklich, dass das jetzt das letzte Buch der Reihe ist, weil es auch richtig endet quasi. Aber ich sage euch erstmal, worum es da geht. Weil das natürlich jetzt der irgendwie 15. Band oder so der Reihe ist, kann es entsprechend zu Spoilern kommen. Balbok und Rama haben ja im letzten Teil die Drachen Nachfahren bekämpft und haben ihrem Ziehsohn auf den Thron verholfen, der ihm eigentlich auch zusteht. Also es ist alles rechtens und so. Und jetzt will Rama unbedingt nach Hause zurückkehren. Er hat keinen Bock mehr auf Kämpfen. Er hat keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß mit den Regierungsgeschäften und hier der denkt, ich bin ein Held und der findet mich nett und keine Ahnung was. Nein, ich will zurück auf meine Insel und zurück auf meinen Thron. Aber Balbok sieht das Ganze irgendwie anders. Nicht nur, dass es ihm sehr schwer fällt, seine Freunde zurückzulassen, sondern er hat irgendwie auch das Gefühl, dass da noch etwas ist, um das er sich kümmern muss. Und dann fangen seine seltsamen Träume an, von denen er ganz sicher ist, dass es sich um Visionen handelt. Und er möchte dem unbedingt nachgehen und entscheidet sich, dort zu bleiben und diesem Gefühl, das er hat, einfach mal nachzugehen. Und dieses Mal sogar ohne seinen Bruder, denn Rama will unbedingt zurück zu seiner Insel. Diese Pläne werden selbstverständlich vereitelt durch das Schicksal und keine Ahnung was. Und die beiden Org-Brüder werden wieder so richtig hineingesogen in das Geschehen der Welt, die sie eigentlich kaum noch was angeht. Und plötzlich ist alles doch wieder ganz anders. Wie hat mir das Buch gefallen? Beim letzten Teil hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr so an den Haaren herbeigezogen und sehr erzwungen irgendwie, dass da jetzt noch was kommt und es muss jetzt noch was passieren und hier und da. Und jetzt hatte ich halt das Gefühl, okay, dieses Buch ist halt der Abschluss wirklich davon, von diesem neuen Story-Arm, der quasi aufgemacht wurde. Das war so ein bisschen mein Gefühl, dementsprechend passte es auch ganz gut, weil ich einfach dachte, okay, das war jetzt aber wirklich das Allerletzte, was noch fehlte und jetzt ist die Story aber wirklich vorbei. Ich weiß nicht, ob der Autor noch weitere Bücher dahingehend plant. Es ist natürlich wie immer auch die Möglichkeit für ein Spin-Off offen oder für vielleicht noch einen Teil oder wie auch immer. Ich persönlich fände es auch nicht schlimm, wenn jetzt noch mehr kommen würde, weil ich super gerne mit Rama und Balboa unterwegs bin, weil ich die Org-Brüder einfach richtig, richtig lustig finde. Ich fand die letzten, also die anderen Bücher, die Zauberer zum Beispiel oder die Menschen, fand ich so, weil die da nicht so richtig drin vorkommen. Also Rama und Balboa kommen ja schon, ich glaube, aber erst im zweiten oder dritten Band der Menschen vor oder so. Ich weiß nicht genau mehr, wie das war. Aber das fand ich so ein bisschen langweilig irgendwie sogar. Und auch hier würde ich übrigens das Hörbuch wärmstens empfehlen, gelesen von Johannes Steck, der das Ganze wirklich unglaublich gut macht und ja auch alle Bücher eingesprochen hat von ihm, also von der Reihe. Weil ich es tatsächlich auch mal angefangen habe, selber zu lesen und ich fand es langweilig da, weil es sehr viel so Umgebungsbeschreibung und keine Ahnung was ist. Und wenn das jemand vorliest, dann ist es irgendwie schneller vorbei, habe ich das Gefühl, als wenn man das selber liest. Und gerade bei Johannes Steck, das halt so unterhaltsam auch gestaltet mit den Stimmen von Rama und Balboa und so weiter, mit den Flüchen. Es ist einfach sehr, sehr unterhaltsam und auch kurzweilig irgendwie. Ich habe das Hörbuch auf jeden Fall sehr genossen und muss auch sagen, ich fand es schön, nochmal mit denen unterwegs zu sein, so wie beim letzten Mal auch. Es hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach, aber wenn es jetzt schon da ist, finde ich es halt auch nicht schlecht. Genau. Und auch wie gesagt, ich finde halt irgendwie, es ist jetzt ein Abschluss da, es ist jetzt ein Ende da von dem Buch und auch von dem Buch davor und so. Also die Story in sich ist abgeschlossen. Aber da ist irgendwie auch noch so ein kleiner Fitzel, der die Möglichkeit offen lässt, vielleicht doch noch mehr zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob der Autor das geplant hat oder ob er das irgendwo veröffentlicht hat, dass er das machen will oder sowas. Ich persönlich empfehle auf jeden Fall die Org-Reihe und diejenigen, die die auch schon angefangen haben zu lesen und vielleicht noch so ein bisschen hadern, ob das jetzt doch wirklich noch sein muss, für die würde ich das Buch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr nochmal Lust habt, zurückzukehren. Es ist aber auch nicht nötig, sage ich mal, in dem Sinne, dass die Story da jetzt noch groß aufgebaut wird und da jetzt noch irgendwelche Fragen aus den anderen Büchern geklärt werden. Das ist nicht der Fall. Wir haben den gleichen Antagonisten wieder, der hier auftaucht und irgendwie passiert halt immer wieder mehr. Aber man muss die Bücher auch nicht lesen, dass die Story beendet ist. Also ich finde, nach den Menschen ist das abgeschlossen in sich. Das sind drei Trilogien, was ich halt auch schon ziemlich krass finde und ich glaube, einen Verbindungsroman. Und dann kommen halt alle Bücher danach. Ich glaube, das sind jetzt auch schon wieder vier oder sowas. Sind halt einfach nur noch so ein bisschen weitergeführt. Aber da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja okay, da wird jetzt nochmal das und das Thema aufgegriffen und jetzt verstehe ich endlich, warum das so war. Das ist auf gar keinen Fall so. Es ist einfach nur, dass es immer wieder so ist und dann hat der noch das gemacht. Und jetzt finden wir noch raus, dass der Bösewicht auch noch hier war und das und das gemacht hat und so. So ist das eher. Und deswegen finde ich, kann man die Bücher eben auch auslassen, wenn man wirklich gar keinen Bock darauf hat. Aber man kann eben auch zurückkehren in die Welt. Wenn es einem so gut gefallen hat wie mir zum Beispiel. Mehr gibt es zu dem Buch auch nicht zu sagen. Also ich fand die Story auch in sich rund. Ich würde auch jetzt nicht irgendwie sagen, dass die schlecht geschrieben wäre oder anders geschrieben wäre oder so. Ich finde, wenn man Michael Peinkofer kennt, dann kann man das ganz gut einordnen. Ja, mehr gibt es dazu meiner Meinung nach nicht zu sagen. Ich habe natürlich noch weitere Rezensionen für euch. Und dann stelle ich euch auch mal diesen ganzen Bücherstapel hier vor, den ich bestellt habe, während ich in Thailand war. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und natürlich beim Hören und einen wunderschönen Tag. Bis dann.